Hallo, wir sind heute in Osnabrück und ich wollte euch mal kurz unseren Fixage-Bereich mit ganz vielen fantastischen Leuten und noch fantastischeren Kleiderbügeln. Wunderbare Kleiderbügel-Chimes. Guten Tag. Das ist Kunst. Das klingt so schön. Geh mal weg da mit deinem Hintern, ich will hier Dinge... Wir sind am Weg. Das ist ein Gentleman. Ich dachte du bist Sportler. Leistungssportler dachte ich. Früher. Ein bisschen. Ich mach kein Bild. Scheiße, wieso nicht? Jetzt bist du peinlich. Nur am Chatten den ganzen Tag. Facebook und so. Ja. Ja. Uuuh. Das war's. 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 Das war's.